Hi ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Kategorie. Diese Kategorie heißt Filmvorstellung. Ich habe sie nur Filmvorstellung genannt, weil ich mehr Filme als Serien habe, aber es wird auch mal eine Serie geben, die ich vorstellen werde. Gleich zu Anfang, ich werde sie so vorstellen, wie es für mich okay ist. Das heißt, wie ich sie empfunden habe, wie ich sie finde und so weiter. Das heißt, es wird nicht professionell oder perfekt oder so sein. Ich werde immer eine Spoilerwarnung mit reinbringen. Das ist für mich halt sehr wichtig. Ja, also es wird wie gesagt so um Serien gehen, Trickserien, vielleicht auch ein bisschen was so in Mystery geht oder Vampire. Vieltrickserien auf jeden Fall, weil wir halt eben viele Trickserien haben durch unseren Jungen. Und das wird dann halt so laufen, dass ich halt erzähle, um was für einen Film es sich handelt. Ich werde so ein bisschen erzählen, was auf der Rückseite steht, werde dann ein Spoiler-Alarm machen und dann erzählen, was in diesem Film, Video, Serie, wie auch immer passiert. Dass ihr euch da so ein Bild von machen könnt. Jo. Wie gesagt, immer mit Spoiler-Alarm, weil es gibt ja nun mal welche, die haben einige Filme eben noch nicht gesehen. Auch heutzutage gibt es Leute, die haben Chihiros Reise in Sauerland noch nicht gesehen, zum Beispiel. Da wäre natürlich eine Spoiler-Warnung angebracht. Wie gesagt, in meinen Worten, also nicht irgendwie total perfekt oder keine Ahnung, sondern eben so, wie ich es für richtig halte. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Kategorie auch gefallen wird und ja, dass ihr daran Spaß haben werdet und dass ihr mir Däumchen nach oben da lasst. Und genau, wir werden sehen. Tschüss, tschüss.